Wir sind hier beim Brigitte Style Day. Es sind 700 Brigitte Leserinnen hier. Es gibt hier ganz viele Stände, an denen man sich informieren kann. Über Lifestyle, über Beauty. Man kann Sachen shoppen gehen, man kann sich miteinander austauschen. Das im Grunde und Jahr Verlagshaus zu machen, ist super inspirierend und super spannend. Alles rund ums Thema Frau, was uns interessiert. Trends der Mode, stylen der Haare, stylen des Gesichtes, Make-up. Ich bin überwältigt von dem, was hier gezeigt wird. Es gibt Workshops, es gibt Panels, es gibt Talks. Man kann hinter die Kulissen schauen, man kann die Requisiten anfassen. Für mich ist es immer wieder eine große Ehre, hier sein zu dürfen, gelöchert zu werden mit Fragen. All about Beauty. Es ist echt super, hier dabei sein zu dürfen. Wir freuen uns. Es ist so ein schöner Tag, wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal.